Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu dem Stück, das quasi unserer letzten gemeinsamen Produktion den Namen gegeben hat. Das Stück heißt Mandala. So heißt ja eigentlich auch unser Konzert. Man kann, glaube ich, stundenlang, tagelang, monatelang, jahrelang über Mandala sprechen. Das habe ich jetzt eigentlich nicht vor, aber so viel, dass das Grundprinzip oder das Grundmuster eines Mandalas ist in ein Viereck eingeschriebener Kreis. Und genau das ist der Bauplan für dieses Stück. Deswegen heißt es Mandala. Das Stück hat vier Hauptthemen, die können Sie alle ziemlich klar erkennen. Und es hat ein sogenanntes Kreiselthema. Das ist so ein Thema, das hat keine bestimmte Richtung. Das weiß ich überhaupt nicht wohin. Das bewegt sich schlicht im Kreis. Und jetzt würde ich aber trotzdem vorschlagen, dass Sie das nicht mit den Fingern abzählen, sondern dass Sie das Stück einfach nur genießen. Das ist so eine Art Meditationsstück. Und nicht zu viel das Hirn einschalten und einfach in der Seele spielen. Und dann haben wir eigentlich das, was wir beabsichtigen, erreicht. Mandala. 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 Musik 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 Musik